Hallo und herzlich willkommen Diablo-Freunde. In diesem Video zeige ich euch eins der besten Totenbeschwörer-Level-Builds. Falls ihr zum Wochenende vielleicht einen neuen Char-Level wollt, habe ich mir gedacht, komm, pumpe ich den mal hoch auf Level 70 und zeige euch das Ganze. Wenn ihr mich supporten wollt, dann würde mir ein kostenfreies Abonnement sehr helfen. Und ansonsten würde ich sagen, lasst uns keine Zeit verlieren. Let's go! Wir fangen wie immer mit dem Fertigkeitsbaum an. Und hier spielen wir die blutige Ernte, die verbesserte blutige Ernte für die Angriffsgeschwindigkeit und die blutige Ernte des Akolyten, sodass wir schnell eine Leiche ins Spiel bekommen. Bei den Passiven holen wir uns die unlebende Energie aus dem Gleichgewicht, dann die Chance mit geschundenes Fleisch mehr Leichen ins Spiel zu bringen. Eine unserer Hauptschadensfertigkeiten der Schnitter, der verbesserte Schnitter. Und sodass wir kontinuierlich neben den Leichenranken auch die Verwundbarkeit im Spiel halten. Nehmen wir uns noch den paranormalen Schnitter mit rein. Bei den Leichen und makabren Fertigkeiten ein Punkt in den Blutnebel. Ich habe hier noch die zusätzlichen Ränge über die Halskette, aber das ist noch keine Best-in-Slot-Halskette. Deshalb hier ein Punkt auf jeden Fall rein. Und der Blutnebel extrem stark, weil wir da natürlich immun sind. Eine der besten Fluchtmöglichkeiten, falls wir unter Kontrollverlust-Effekten leiden. Wie zum Beispiel, wenn wir eingefroren werden oder gefiert werden, können wir damit rauskommen. Dann die passive Beherrschung von Skelettkriegern, weil wir in der Level-Phase mit Skeletten spielen. Fünf Punkte in die Leichenexplosion. Einer unserer weiteren Haupt-Damage-Fertigkeiten. Dann die verbesserte Leichenexplosion. Und mit der verpesteten Leichenexplosion bringen wir Schattenschaden, bringen wir eine Menge AOE in das Spiel hinein. Und deshalb spielen wir hier die verpestete Leichenexplosion. Dann noch die Bluternte für mehr Essenz und der kraftbringende Tod. Bei den Fluchfertigkeiten nehmen wir die Umarmung des Todes mit. Mehr Schaden machen, weniger Schaden bekommen, immer gut. Und die Beherrschung der Skelettmagier. Ich habe beide Beherrschungen mit reingenommen bei dem Bild, weil ich es einfach sonst zu stressig finde, die ganze Zeit die Skelette herauf zu beschwören, zu erwecken. Und deshalb hier mehr Leben, mehr Schaden in der Level-Phase optimal. Ändert man aber dann später im Endgame. Im Endgame spielen wir sowieso ein anderes Bild. Das hier ist nur optimal für die Level-Phase. Bei den Leichen- und makabren Fertigkeiten Teil 2 spielen wir volle Punkte auf die Leichenranken. Warum? Damit wir die Uplinkzeit so gut wie möglich reduzieren. Das ist mir ganz wichtig, denn ich liebe die Leichenranken. Ja, maximale Kontrolle. Sie ziehen die Gegner zusammen. Sie bringen Verwundbarkeit ins Spiel. Und deshalb ich volle Punkte immer in die Leichenranken rein, wegen der Uplinkzeitreduzierung. Die verbesserten Leichenranken und die verseuchten Leichenranken, die zusätzlichen Ränge holen wir uns über die Schuhe rein, solltet ihr auf jeden Fall auch machen. Dann die passiven Verfolgung des Schnitters, Schwermut und Schrecken, jeweils 3 Punkte rein und 1 Punkt in die lebende Dunkelheit. Dann haben wir nur noch hier unten bei den ultimativen Fertigkeiten 2 Punkte in die passive inspirierende Anführer. Und wir spielen die zentrale passive Fertigkeit Schattenseuche. Wir schauen uns das Buch der Toten an. Bei den Skelettkriegern spielen wir die Schnitter und hier den zweiten Punkt. Schnitter verfügen über eine Chance von 15% das Fleisch von den Knochen ihrer Gegner zu schälen, wodurch eine Leiche entsteht. Bei den Skelettmagiern spielen wir die Kältemagier im ersten Punkt. Jedes Mal, wenn Kältemagier Gegner mit ihrem Primärengriff Schaden zu fügen, erhalten wir 2 Essenz. Bei den Golems opfern wir die Knochengolems, sodass wir mehr Angriffsgeschwindigkeit erhalten. Bei den vampirischen Mächten spielen wir Jagen der Schwachen, Füttern des Zirkels, Reißzähne des Zirkels, Hämomanie und Metamorphose. In der Levelphase wechseln wir sowieso sehr auf die Ausrüstung, deshalb gehen wir im Fokus die Aspekte durch. Ich zeige euch trotzdem, worauf ich geachtet habe, weil jetzt wechsle ich so ab 70, 75, wechsle ich jetzt das Bild und gehe dann Richtung Endgame-Bild. Deshalb jetzt hier beim Kopfschutz alle Werte super, gesamte Rüstung super, maximales Leben sehr gut und optimalerweise anstatt die Barriereerzeugung wäre dann hier noch Uplinkzeitreduktion. Hier einen defensiven Aspekt, zum Beispiel habe ich hier, wenn ihr verletzt werdet, während ihr unter dem Einfluss von Kontrollverlust-Effekten steht, werdet ihr 4 Sekunden lang unaufhaltsam. Dieser Effekt hat eine Uplinkzeit von 20 Sekunden. Bei der Rüstung gehen wir normalerweise hin und spielen eine defensive Schadensreduktion gegen Gegner aus der Ferne, Schadensreduktion gegen Gegner aus der Nähe, gesamte Rüstung und nochmal allgemeine Schadensreduktion auch nicht schlecht oder irgendeinen Widerstand, den ihr gerne hättet als Resistenz, zum Beispiel Giftwiderstand, Feuerwiderstand und so weiter. Und hier natürlich rein die Rüstung, die sich dann erhöht. Bei den Händen, da ist der Aspekt nicht ganz so wichtig, da nehmt ihr einfach den offensiven Aspekt, der gerade passt, wie ich zum Beispiel hier. Edgemaster, alle Werte super, Angriffsgeschwindigkeit sehr gut und ganz wichtig die Ränge für Schnitter. Ja, die müssen auf jeden Fall rein, damit wir hier schön mehr DPS drauf fahren. Und die Glückstreffer-Chance, die wäre auch noch gut auf den Händen. Dann bei der Hose, genauso wie bei der Brust, Schadensreduktion gegen nahe Gegner, Schadensreduktion gegen entfernte Gegner, gesamte Rüstung, maximales Leben und so weiter. Bei den, achso, hier habe ich noch Basisfertigkeiten verleihen, drei Sekunden lang, x Schadensreduktion, ne, andersrum. Basisfertigkeiten verleihen, x Sekunden, 20% Schadensreduktion, so meinte ich das. Dann die Schuhe, hier habe ich einfach Bewegungsgeschwindigkeit drin, ganz wichtig hier die Ränge für Leichenranken. Intelligenz habe ich noch mit drin und was man auch noch gut mit reinnehmen kann, ist die Essenz-Kostenreduktion. Das wäre super, ja, und alle Werte. Also da kann man noch, oder hier ist auf jeden Fall noch Potenzial, aber es sind schon sehr schöne Schuhe. Optional kann man auch die Beinschienen der leeren Kruft spielen, falls die einem schon droppen. Ja, die haben Bewegungsgeschwindigkeit, die haben weniger Schaden durch Gegner vom Typ Schattenschaden über Zeit betroffen. Ja, Kostenreduktion für Essenz und eure Phantome von Schnitter hinterlassen auf ihrem Weg entweiten Boden. Perfekt für dieses Bild, kann man natürlich auch spielen, spielt man sogar beim Schnitter Endgame-Bild, das aber im Endgame nicht mehr so stark ist wie in der Level-Phase. In der Level-Phase ist es ja so, dass man sehr auf die Waffe wechselt, weil da ist der wichtigste Wert Schaden pro Sekunde. Deshalb nehmt hier einen offensiven Aspekt rein, den ihr habt. Habt ihr aber eine gute Waffe, dann kann ich euch diesen Aspekt hier empfehlen. Das ist einer der stärksten Aspekte für unser Bild. Ihr verursacht 6 Sekunden lang x% mehr Schaden, nachdem die zentrale passive Fertigkeit Schatten solcher Gegner 10x Schaden zugefügt hat. Normalerweise nimmt man diesen Aspekt, ich habe es gerade durchgewechselt, weil ich jetzt sowieso auch bald aufs Endgame-Bild gehe. Deswegen wechsle ich das jetzt nicht mehr hin und her, aber es ist so reingekommen, wie es kommt. Und manchmal ist das halt so, normalerweise nehmt ihr diesen Aspekt und spielt ihn auf jeden Fall auf dem Amulett für den 50% zusätzlichen Bonus, den ich hier auf dem Ring habe, falls ihr eine super Waffe habt, dann auf der Waffe. Ja, so einfach ist das, aber wie gesagt, hier Leichenranke drauf und normalerweise spielen wir auch ein Zweihandschwert wegen dem festen Afix. Ja, hier die Sense, die ist mir halt beim World Boss gedroppt. Man nimmt, was man bekommt. 925er ist ja nicht schlecht. Und deshalb die Sense, alle Werte, Intelligenz, Schaden über Zeit, was will man mehr, ne? Also da geht schon einiges, ja. Und normalerweise, wie gesagt, das Zweihandschwert wegen dem festen Afix mehr kritischer Trefferschaden. So, und dann sind wir auch schon hier bei dem Amulett, wo man dann normalerweise in der Levelphase diesen Aspekt hier drauf spielt, habe ich ja schon mal gesagt. Achso, hier habe ich Leichenrangen drauf, das habe ich aber erwähnt, oder? Leichenrangen auch super, den Aspekt kann man immer gehen. So, dann hier. Hier normalerweise, also von den Werten her nicht ganz, eigentlich gar nicht geil, die Halskette. Aber wie gesagt, normalerweise geht man hin und spielt mal eine Halskette mit Movement Speed, mit einem passiven Rang auf, einen Augenblick, ich zeige es euch, damit ihr das wisst, hier auf Schwermut. Ja, das sind die passiven Ränge, die wir eigentlich über die Halskette bekommen wollen. Und wie gesagt, Bewegungsgeschwindigkeit, Cooldown Reduction und Essenz Kostenreduktion. Meine Kette ist richtiger Müll, muss ich wirklich sagen. Aber egal, ist halt manchmal so, ja, es passiert, wie es passiert in der Levelphase. Und ja, da habe ich jetzt den Aspekt drauf, Gegner mit Shitter, die schaden zu viel, halt eine Chance von x Prozent unter dem Ziel, eine Pestlache zu erzeugen, wo wir dann Bonusschaden machen. Und hier bin ich ja schon drauf eingegangen. Hier ist es super, wenn wir kritische Trefferschance spielen, Glückstrefferschance und maximales Leben und Damage gegen Gegner in der Nähe. So, und die Ringe kannst du dann so kopieren. Und hier habe ich noch drauf, damit wir hier Ressourcen erzeugen. Euer Schattenschaden über Zeiteffekte haben eine Chance von 10 Prozent. Das geht dann hoch bis zu 30 Prozent. Drei Cent zu erzeugen müsste sogar ein saisonaler Aspekt sein. Ja, das ist es, ne? Also, wenn ihr diese Aspekte so wechselt, wie gesagt, den normalerweise auf die Halskette, weil man die Halskette länger trägt, habt ihr eine super Waffe, könnt ihr den auch auf die Waffe setzen. Ich versuche ja immer mitzudenken und deshalb zeige ich euch trotzdem schon mal das Paragon Board. Normalerweise braucht man das in der Levelphase nicht zu zeigen. Ich tue es trotzdem, weil ich beschreibe euch meinen Weg. Wir werden dann zu einem der stärksten Builds im Moment wechseln, und zwar der Infimemist-Nekro. Und deshalb bauen wir schon das Paragon Board so auf. Das bedeutet, wir gehen schon mal in die Richtung, sodass wir das dann nicht wechseln müssen, nochmal extra. Und deshalb zeige ich euch das Ganze. Wir reden hier nicht über Glyphen, weil die Glyphen muss man sowieso noch einsammeln. Die Glyphen werden dann optimiert. Aber hier setzen wir jetzt erstmal die Glyphen ein, die uns trotzdem auch beim Schnitter-Bild helfen. Der Grund, wie gesagt, Schnitter ist im Endgame nicht so stark in der Levelphase, aber super zum Leveln. Und deshalb wechselt man dann das Bild von einem Level-Bild zu einem Endgame-Bild. Und weil ich das schon vorbereite für euch, gehen wir das mal durch, weil dann könnt ihr diesen Weg mitgehen und müsst die Paragon-Punkte nicht unbedingt umlegen. Falls ihr das machen möchtet. Das bedeutet, mein nächstes Video wird dann das Endgame-Video sein. Erstmal, wenn wir Level 100 sind und dann die unterschiedlichen Boss-Killer-Videos inklusive dann halt Nightmare Dungeon 100. So, also nicht über Glyphen nachdenken, einfach die Glyphen einsetzen, die ihr habt. Aber hier spielen wir natürlich im Starter-Board schon eine sehr, sehr starke Glypfe, die wir auch später für das Bild verwenden. Und zwar Kontrolle. Ja, wir nehmen hier Schaden mit, mit der Krönung, dann die Abhärtung, Wissen und Bewahrung. Und hier seht ihr ja den Endbonus haben wir auch hier mit drin am Anfang. Also alles cool. Vom Starter-Board aus connecten wir das Board verkümmern. Dann nehmen hier die ganzen seltenen Knoten mit, wie zerrende Dunkelheit, schleppende Schatten, verweilende Schatten und Verwünschung. Dann hier eine Glypfe, die passt. Ich habe hier gerade Ausbeuten drin. Ja, und dann das nächste. Aber wie gesagt, ihr habt wahrscheinlich andere Glyphen. Deswegen lohnt es sich nicht darüber zu sprechen, sondern eher über die Board-Connection. Und dann hier der Fleischfresser. Und hier habe ich die Glypfe Grabhüter aktuell drin. Ja, und das seht ihr jetzt den Weg für mein Level. Das habe ich jetzt erstmal so aufgebaut, wenn wir oben noch ein paar Boards connecten, die passen. Und das seht ihr dann in meinem Update-Video. Wir steigen sofort ins Gameplay ein. Hier befinden wir uns in den Chiroko-Höhlen. Eine der Top-Nightmare-Dungeons zum Grinden. Und das Erste, was wir immer machen, ist, sobald wir die ersten Leichten erzeugt haben, ist unsere Skelette zu beschwören, sodass wir die maximale Anzahl an Skeletten haben. Das wird immer in grün dann angezeigt, neben unserer Essenz. Das sieht man dann quasi hier unten. Ich zeige das gerade mit der Maus. Ja, hier sieht man, sobald hier grün ist, das bedeutet, wir haben die maximale Anzahl unserer Skelette erreicht. Ja, und dann gehen wir hin und ziehen die Gegner zusammen. Setzen Miasma ein, setzen den Schnitter da rein und dann kommt schon der DPS. Das funktioniert sehr, sehr gut. Wir sind hier in dem 25er Albtraum-Dungeon. Die Mobs sind 79 hier, also fast 10 Devils drüber. Das ist eigentlich so optimal. Und ja, Gegner zusammenziehen, Miasma setzen und dann seht ihr mal, wie hoch der Shit tickt. Ja, das ist wirklich richtig geil. Muss man wirklich sagen. Und dann sofort den Schnitter hinterher. Ja, und schön die Leichen verbrauchen mit dem Miasma, damit wir immer viel Essenz haben. Und so funktioniert das Ganze. Ist sehr, sehr stark. Macht extrem viel Spaß, so zu zocken. Und sollte euch überhaupt keine Probleme bereiten in der Level-Phase. Wie gesagt, hier auch optimal. Ja, und bei mir fehlt auch noch einiges an Gier. Ihr habt ja gesehen, schlechte Halskette und so weiter. Was soll ich euch sagen? Aber das Bild, die Aspekte passen und deshalb passt alles. Vielen Dank für deinen YouTube-Sub. Vielen, vielen Dank. Und ja, wie gesagt, hier einfach dann immer weiter und die Gegner zusammenziehen. Miasma setzen, Schnitter setzen und das funktioniert. Sobald ihr in Gefahr seid, den Blutnebel, hier sieht man das jetzt. Hier bin ich freezed, sofort den Blutnebel ready gehabt, um dann den perfekt einzusetzen, um aus diesem Freeze rauszukommen. Sehr schönes Beispiel hier an der Stelle. Und da sieht man auch, wie das Miasma einfach tickt. Das ist krass. Ja, das ist wirklich stark. Und ihr solltet hingehen, wenn jetzt hier zum Beispiel euch Skelette fehlen, dann gehe ich immer hin und halte. Bei mir ist das Skelettbeschwören ja auf der 3. Dann gehe ich immer hin und halte die 3 gedrückt und fahre einfach über die Leichen. Ja, dann beschwört er die. Hier seht ihr das, glaube ich. Ich drücke die 3 gedrückt. Ne, hier mache ich es gerade nicht. Jetzt mache ich es, glaube ich. Ne, immer noch nicht, wegen der Spinne. Ja, jetzt habe ich es mal kurz gemacht. Normalerweise gehe ich immer hin, halte die 3 und ziehe einfach über die Leichen. Und so sind dann alle Skelette wieder da. Und die solltet ihr hier, wie gesagt, immer aufrecht erhalten. Jetzt seht ihr, ich habe wieder 4 Stück. Ziehe jetzt die Mobs zusammen, jetzt wieder optimal. Ja, Miasma sofort hinterher. Essenz immer voll. Alles kein Problem. Sehr geil zum Zocken. Macht einfach Bock, muss ich wirklich sagen. Funktioniert. Wie gesagt, das Schnitter-Bild. Eines der stärksten Level-Bilds, die du spielen kannst, überhaupt. Ne, sehr konsistent. Starke Defensive, starke Offensive. Durch das Ziehen von den Leichenranken. Durch den Schnitter. Und durch den extremen AOE-Schaden. Ja, beim Zusammenziehen. Ist es einfach sehr, sehr gut. Wirklich ohne Probleme hierdurch. Ja. Man könnte noch ein bisschen mehr Speed drauf geben. Normalerweise, wenn ich jetzt hier die Aufnahme mache, dann achte ich immer auch drauf, dass ich alles so mal zeige. Wann setze ich den Blutnebel ein? Wie mache ich das mit den Skelettkriegern? Deswegen setze ich die immer am Anfang auch ein. Normalerweise gehst du sogar noch eine Nummer schneller hier durch. Du ziehst immer weiter, immer weiter. Nimmst die Ads mit. Nimmst die ganzen, nimmst den ganzen Trash mit. Und machst dann deine Leichenranke. Ballerst alles zusammen, was geht. Ja, nimmst dann deinen Miasma und knallst einfach alles weg. So easy ist das. Ja. Was soll ich dazu sagen? Und ich hatte noch Glück. Mendels Ring gedroppt. Manchmal musst du noch einfach Glück haben im Leben. Und ja. Wie gesagt. Wenn es euch gefallen hat. Dann supportet den Kanal. Lasst ein Abo da. Das nächste Video wird dann das Endgame-Video sein. Dann das Nightmare Dungeon 100. Und dann der Bosskiller. Also, bleibt dabei. Wie gesagt, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal bei euer Dreet. Ciao.